Was ist das, was du mit dem Abitur bestanden hast? Nachdem ich 2020 mein Abitur bestanden habe, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik machen möchte und habe mich dann nach Arbeitgebern umgeschaut und bin auf Libri gestoßen. Und weil ich schon sehr viel vorher mit Büchern zu tun hatte, sehr gerne gelesen habe, fand ich, das war der perfekte Arbeitgeber. Hier verbinden sich beide Leidenschaften und habe dann hier bei Libri angefangen. Und Libri ist jetzt gerade meine Erstausbildung und dementsprechend auch die erste Branche, die ich kennenlerne. Im Zwischenbuchhandel gibt es vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. Dadurch, dass wir auch eigentlich nur ein Wirtschaftsunternehmen sind, haben wir die ganze Produktpalette. Das heißt, man kann am Empfang sitzen, man kann im Fuhrparkmanagement arbeiten, aber man kann auch TikTok durchforsten nach dem neuesten Content. Also von daher, da ist für jeden was dabei. Oder man sitzt ganz klassisch im Büro, macht kaufmännische Dinge wie Buchhaltung oder Personalabteilung. Im Zuge meines Studiums Wirtschaftsinformatik sitze ich bei uns oben in der IT in der Projektplanung und Ausführung und habe dabei dann sehr viel damit zu tun, dass wir mit den Fachabteilungen und mit den Entwicklern kommunizieren, schauen, was umgesetzt werden soll in der nächsten Zeit und diese Projekte dann im Endeffekt auch durchführen. Ich persönlich bin gelernte Bankkauffrau und bin trotzdem im Zwischenbuchhandel super glücklich, denn es ist ein Produkt zum Anfassen. Das heißt, es ist nicht irgendeine Datenmenge im System, sondern das Produkt liegt hier vor Ort. Du kannst es anfassen, es ist physisch da und das ist einfach total toll. Jeder verbindet etwas Positives damit. Von daher macht es richtig Spaß, damit zu arbeiten und man weiß, wofür man arbeitet. Besonders großartig in der Branche finde ich das sehr familiäre und sehr persönliche Umfeld. Das gefällt mir immer wieder sehr gut. Wir haben sehr, sehr engen Kontakt sowohl zu den Verlagen als auch zu den Buchhändlern. Und falls es größere Projekte gibt, die mit allen zusammen umgesetzt werden, dann sorgen wir immer dafür, dass alles reibungslos abgestimmt wird, dass wir uns mit allen immer über jedes Detail unterhalten. Und gerade diese Kommunikation ist sehr, sehr wichtig für eine gute Zusammenarbeit und fördert die Weiterentwicklung der Branche. Wenn ich meinen Job in einigen Worten beschreiben müsste, ist das Menschen für die Buchbranche zu begeistern. Für die Weiterentwicklung der Branche wird bei uns sehr stark der Einsatz von jungen Leuten benötigt, da diese durch ihre kreativen Ideen und auch durch ihren Ehrgeiz unsere Branche vorantreiben können. Und dementsprechend ist eine Ausbildung oder ein Studium oder auch der Anfang in der Branche, wenn man jung ist, sehr fördernd für die Branche. Und der ist der Vorteil, wenn man öff dir dieses Thema braucht, wenn man Kinder aufgerätee, die Branche wird auch aufgeräte sein, denn man kann damit einfach nur ein Branche verbinden werden.